Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Das 15 Abonnenten Special ist draußen. Danke an alle meine Bramiskis, Brumiskis, Brumiskis und Bramiskos. Und an alle Bratschigas und Schrott in die Rüte von draußen. Danke. Stay Addicto Space Family. Stay Addicto Music Space Family. Beziehungsweise Stay Addicto Space Family Forever. Ihr wisst Bescheid, bald kommt mein Album bescheiden. Ghost Addicto Space Music Forever ist mein Label. Und für das 15 Abonnenten Special habe ich mir etwas Spezielles ausgedacht. Und zwar nämlich, ich bin auf Arena 8. Einzig habe ich schon gehabt bei Clash Royale. Auf Arena 8. Ich habe mich hochgepusht und ein Freund von mir hat mich hochgepusht. Und das ist mein 15 Abonnenten Special. Let's go. Stay Addicto Space Music Family Forever. Stay Addicto Space Family. Let's go with the game. Brr. Ich bin Österreicher. Brr. Austria Forever. Let's go. Ich habe mir eine legendäre Kiste verdient. Wenn sie fertig ist, öffne ich sie mit euch. So schaut die Arena 8 aus, wollte ich nur sagen. Scheiße. Vielleicht hätte sie mir doch das andere Deck nehmen sollen. Habe ich aber nicht in dem Video. Let's go with the game. Und danach machen wir Meryl Direction. Und auf jeden Tag von Hey Meryl Direction. Weil das habe ich jetzt eigentlich, weiß ich nicht, nie gemacht. Weil ich irgendwie nie Bock gehabt habe. Aber für das nächste Abonnenten Special wusste ich einfach Clash Royale spielen im Bus. Und da kann ich noch wussten, dass ich das nächste Abonnenten Special machen kann. Scheiße. Ich glaube jetzt werde ich abkacken, ja. Jetzt werde ich abkacken. Ich hoffe ich gewinne jetzt noch. Ja, auf jeden Fall werde ich nicht jetzt den Leinturm machen können. Und. Ja, ich hoffe wir machen den Tummel fertig. Ich hoffe wir machen ihn fertig. Wir hören im Hintergrund nicht so gut, weil Wind ist. Nein, der Tummel wurde nicht fertig gemacht. Shit, scheiße. Der Tummel wurde nicht fertig gemacht von dem Scheißgift. Ich hoffe wir schaffen ihn noch zum Fertigmachen. Das ist zumindest, dass ich den Ausgleich schaffe. Das heißt zumindest, dass ich unentschieden schaffe. Hoffe ich zumindest. Bam, unentschieden. Ich muss zumindest das unentschieden schaffen. Und nachher nehme ich wieder mein anderes Deck, was ich eigentlich lieber mag. Ich hoffe, ich kann jetzt noch das unentschieden halten. Ich gehe nämlich gerade von der Schule heim. Beziehungsweise halt vom Bus. Da gehe ich nicht so ausstrengen, dass ich meine... Ich bin in Adnan, ihr wisst gescheit, kleine Stadt. Und... Und... Ich gehe heute mit meiner Oma. Und die fahren natürlich wieder nach Hause. Nach Lenz, wo ich eigentlich wohne. Aber heute... Ich gehe von meiner... Cramp mal, ihr wisst gescheit. Ihr wisst gescheit. Habt schon eine Hörprobe gehört. Wenn ihr noch nicht gehört habt, hört euch meine Hörprobe für den Song an. Er wird dieses Woche Ende auf jeden Fall rauskommen. Und ihr wisst gescheit. Ich gehe nach in die Schule. Das kann ich ein tolles Tag nie. Ich will sie mit der Nachts-Rection machen. Aber ich verspreche euch jetzt, dass wir mal die Ferien jetzt... gleich in der Früh-Rection rausballern. Oder am Wochenende, wenn es geht. Wenn wir nicht zu lange laufen. Ich hoffe, wir gewinnen. Ich hoffe. Sorry, dass das Video schon wieder zu lange dauert. Aber es ist gar nicht so. Ich hoffe, wir gewinnen. Wer weitere Gaming-Videos wollte, Gaming-Tests, zeigt es mir in einem Apo. Apo. Gebt uns Bescheid. Abonnieren und Block. Aktivieren. Das ist kein Mord. Das ist kein Mord. Wer weiter schüttet, Video von Rection. Oder wer sonst wollt. Und wenn ihr auch nochmal Gaming-Tests und Gaming-Videos wollt, zeigt es mir in einen Kommentar. Und schreibt in den Gaming-Test. Hashtag Gaming-Test hinein. Also ja, es geht jetzt ja noch weiter genau. Ich habe es halten können. Gut. Wenn es sich ausgeht, was ich nicht glaube, war dann Rection raus. Aber jetzt muss ich ein Video zeigen, dass meine Glöckung kommt. Ich muss das einfach machen. Das nächste Video. Ja, sehr witzig. Das ist OXLO. Ihr wisst Bescheid, der YouTuber OXLO. Hat mich auch abonniert. Damit die ganzen 20.000 Abonnenten bin ich special. Und mir wisst Bescheid halt, die mit halt diese Angelo-Faschen-Hate-Checks. Egal. So. Ich zeige euch noch das andere Video. Direction. Wenn es mir einen Abo zeigt. Und einen Kommentar. Ciao.